wuuuuh 1 2 2 0 oh mein Gott das ist das Ding mir kommt hier schon mal eine SD Card entgegen sehr sehr geil so lass mich aufmachen ich hab keine Scherde da Unprofessionalität wird bei mir groß geschrieben oh mein Gott ich bin so gehypt so es geht nicht auf ich bin retarded braune Scherde ich hab keine Scherde da doch ich hab eine Scherde soll ich durchschneiden? Ich weiß nicht ja es ist unwichtig kann ich durchschneiden so oh mein Gott wie geht es weiter hier kann man es aufmachen das ist eine richtige Tragebox sehr sehr cool Hashtag not funktionierender Fokus oh yeah sehr viel Zeug oh je einmal hier 1220 die CD sehr geil mit folgenden Liedern kann man das lesen natürlich kann man das nicht lesen doch hier seht ihr es alles von Stickle fast nice 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 sehr schön dann hier ein sehr erotisches Heftchen mit sehr schönen Sachen interessant muss ich mir auf jeden Fall anschauen Just Do It Just Do It und hier haben wir auch noch eine SD Karte wow nice Idee auf jeden Fall dann haben wir hier das Album auf Vinyl mit den selben Liedern soweit ich sie weiß also sie sieht genauso aus ja es ist selber ja genau dasselbe sehr cool und hier noch die Love Hotel EP die Lieder habe ich ja auch schon aber halt mir downgeladert auf play war das damals alter sehr sehr nice ich würde mal sagen ich schau mal kurz was auf der SD Karte ist und dann sehen wir uns gleich mal PC so nö ich habe keinen keinen SD Stecker deswegen habe ich so einen Adapter rein gesteckt und 18.15 Uhr Boys & Girls Ok was ist drauf 1220 alle Lieder sind da drauf das ist ja mal sehr sehr geil 14 Stück die 14 Stück von der CD auch ich habe jetzt die Lieder auf ich habe jetzt die Lieder auf SD Karte auf CD und auf Vinyl unglaublich geil und deshalb habe ich sogar noch so ein so ein paar Packungen und hier noch so eine Tüte mit die es einfach aussieht wie Aldi sehr nice wahrscheinlich sollte es auch so aussehen mit dem Yahoo Logo das ich noch nicht oft gesehen habe sehr sehr geil die Box hat sich gelohnt und ich hoffe das Video war nicht zu sehr cringy wenn ja dann stimmt's oben ab und ich sag's auch schon Ciao Take a break Ciao